Hallo und herzlich willkommen zu Folge 143 des Podcasts Mut-Mach-Gespräche, Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanoff. Ich arbeite seit gut 15 Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mut-Mach-Gespräch und eine Erklärbär-Folge. In den Mut-Mach-Gesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbär-Folgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem vorangegangenen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Diese Folge ist wieder so eine Erklärbär-Folge, heute allerdings ausnahmsweise mal ohne Sophie. An ihrem Mikro sitzt stattdessen heute Susanne Göbel. Wir beziehen uns auf das Mut-Mach-Gespräch mit Angelika von letzter Woche. Und Angelika hatte erzählt, dass sie mit neun Jahren relativ plötzlich angefangen hat zu stottern und dann über 20 Jahre Zeit und Mühe investiert hat, um das Stottern zu überwinden. Neben einigen Ärzten und Logopädinnen war und ist übrigens bis heute Susanne einer der Menschen, die Angelika auf ihrem Weg begleitet haben. In der letzten Folge haben wir schon ganz kurz über Susannes Arbeit gesprochen. Jetzt in der nächsten Stunde kann sie uns selbst einen kleinen Einblick geben. Vor allem geht es darum, wie man über die eigene Stimme mehr zu sich selbst finden kann und auch was einem die eigene Stimme schenken kann, wenn man die richtigen Fragen stellt. Habt viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Erklärbär-Folge. Diesmal eine große Ausnahme. Nach langer Zeit sitzt mir nicht so viel gegenüber. Aber die darf Urlaub machen, sondern die schon hoch angekündigte Susanne ist heute da. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, liebe Franziska. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Jetzt wissen natürlich nur die Leute, wer du bist, die die letzte Folge gehört haben. Aber wir machen ja eh gleich eine Mini-Vorstellungsrunde. Ich fasse mal kurz zusammen, denn auch wenn so viel nicht da ist, beziehen wir uns wie immer auf das letzte Mutmach-Gespräch, was du schon gehört hast. Ihr noch nicht, es ist noch gar nicht erschienen, wenn wir hier aufnehmen. Die Angelika war zu Gast. Die war ganz mutig, hat sich überwunden, als ich sie gefragt habe. Angelika ist Mitte 60 und hat ganz normal sprechen gelernt und dann mit neun relativ plötzlich in ihrer Erinnerung angefangen zu stottern. Sie hat sich dann auf den Weg gemacht, wie sie das überwindet, wie sie damit umgeht. Zu einer Zeit, wo das noch nicht üblich war, zu Krankenkassen bezahlten Lokopäden zu gehen. Und sie war unheimlich hartnäckig. Und es ist dran geblieben, jeden Schritt nach dem Nächsten. Ich sage, ich mache das jetzt. Mit dem Ergebnis, dass sie das Stottern so weit überwunden hat, dass ich nie gemerkt hätte, dass sie mal gestottert hat. Wusstest du das eigentlich vorher, als du sie kennengelernt hast? Ja, sie hat es mir erzählt. Also sie kam und hat mich gleich aufgeklärt, dass das ihr Thema ist und wie schwierig das eigentlich für sie ist, schon die Vorstellung vor jemand anderem zu singen. Ja, ich war sehr überrascht. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich hätte das nicht gemerkt. Genau, und die Angelika hat uns mit in ihre Lebensgeschichte genommen. Und irgendwann landeten wir automatisch bei dir und deinen Stimmgruppen, weil Angelika und ich uns daher kennen. Das heißt, wir haben uns ein bisschen angeteasert. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass du uns ein bisschen ausführlicher in diese Welt einführen kannst. Denn wir haben uns vorher schon entschieden, wir werden nicht über Stottern sprechen, zumindest nicht ausführlich, sondern es geht mehr um die Stimme. Bevor wir da eintauchen, magst du dich unseren Zuhörenden erst mal vorstellen, bitte? Ja, ich bin die Susanne Göbel, bin 57 und habe eine Praxis hier in Regensburg. Und eigentlich wollte ich immer Sängerin werden. Das ist tatsächlich als Kind schon mein Wunsch gewesen, singen und tanzen. Das war mein Ding. Und wie das Leben so spielt. Meine Eltern haben gesagt, lernen, was gescheit ist. Also bin ich Sozialpädagogin geworden. Und habe dann eine Gestalttherapieausbildung gemacht. Und habe aber nebenbei immer gesungen und auch getanzt. Habe also Kreistänze auch unterrichtet. Habe an der Hochschule in Landshut den musikalischen, tänzerischen Schwerpunkt betreut. Und ja, habe das eigentlich nie aus den Augen verloren. Also singen war immer mein Ding. Und ja, so bin ich dann zur Musik gekommen. Eigentlich über das Chanten von Wolfgang Friedrich. Der hat damals eine Ausbildung dazu gemacht. Also manchmal führt einen das Leben so, wo man verschiedene Puzzleteile so sich auf einmal zu einem Ganzen zusammenfügen. Ich wusste überhaupt nicht, was Chanten ist. Das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Genau. Also Chanten ist Singen von Herzensliedern, spirituellen Liedern oder Mantren. Und da geht es nicht darum, dass man das jetzt perfekt macht. Also es ist ein leistungsfreies Singen, wo man einfach diesen gemeinsamen Klangraum genießt. Wo man sich trifft, wo man die Gemeinschaft genießt und die Musik teilt. Und das muss eben, ich sage immer, es ist leicht zugängliche Musik. Jeder kann mitsingen. Und ich habe ja damals auch schon Gitarre gespielt. Nicht so gerne, aber die habe ich dann auch gelernt wieder zu lieben. Und ja, dann wirklich sehr intensiv angefangen, Singkreise zu machen. Und das hat so meine bisherige Arbeit sehr erweitert. Und parallel dazu gab es aber immer selber den Wunsch, auch meine eigene Stimme weiterzuentwickeln. Ich habe auch Gesangsunterricht genommen, so richtig klassisch. Und habe dann irgendwann mal Lichtenberger Methode kennengelernt. Also da war eine junge Frau, auch Lichtenberger Lehrerin, die hat bei einem Festival gesagt, ich mache mal eine Stunde mit euch. Und danach wusste ich, da musst du hin. Und dann bin ich nach Lichtenberg gekommen, habe dort ein Einführungsseminar gemacht und bin dann dort geblieben. Und das ist mittlerweile, ja, das war 2011, glaube ich. Und 2018 habe ich dann als Lichtenberger Stimmpädagogin abgeschlossen und unterrichte das mit großer Freude. Und ja, mache immer noch Singkreise auch, aber ein großer Schwerpunkt von mir ist eben die Arbeit mit der eigenen Stimme. Und die verschiedenen Bereiche, die ich so erlebt habe in meinem Leben, die fließen dann natürlich auch alle mit ein. Und jetzt kommen die Leute ja gar nicht unbedingt zu dir, um die Singstimme zu verbessern, oder? Ist das das Ziel, wenn die bei dir aufkreuzen? Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Menschen, die zu mir kommen. Es wurde ursprünglich entwickelt für Sänger tatsächlich die Methode, weil viele Berufssänger über kurz oder lang unter großen Problemen leiden. Und die Frau Romert, die das Institut gegründet hat, hat mit ihrem Mann gemeinsam eine Methode gesucht und entwickelt. Wie kann man als Berufssänger sozusagen sein Instrument schonen? Was steht uns da zur Verfügung, um es leichter zu machen? Weil natürlich gerade die Berufsmusiker unter einem großen Druck stehen und auch viel leisten müssen. Und ja, das ist mittlerweile über 35 Jahre her, dass die diese Methode entwickelt haben. Und ursprünglich hat es sich tatsächlich an Sänger gerichtet. Aber das hat sich auch sehr verändert, weil es kommen auch viele Logopäden dorthin tatsächlich zur Fortbildung, weil es eben Aspekte gibt, die es in der klassischen Ausbildung, die noch nicht bekannt waren. Es gibt auch nur zwei Hochschulen in Deutschland, die Studierende mit der Lichtenberger Methode unterrichten. Also man muss schon sagen, dass es immer noch etwas ist, was nicht Mainstream ist. Es gibt viele Leute, die aus dem Logopädischen kommen, also als Lehrer. Es gibt aber auch sehr viele Therapeuten, die dort eine Ausbildung machen, weil viele Elemente, die wir dort auch kennenlernen, sind neben den stimmphysiologischen Themen auch Themen, wo es um Achtsamkeit mit sich selber geht, wo es um Aspekte geht, die die Hypnosystemik zum Beispiel für sich auch benannt hat als Methode. Das sind alles Aspekte, die bei uns mit einfließen und die das so zu einer ganzheitlichen Methode machen. Und es ist auch sehr unterschiedlich, wie die Lehrer damit arbeiten. Also es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, ich möchte ein paar Gesangsstunden nehmen. Es gibt auch Sänger, die das machen, aber wenige, leider. Ja, aber es gibt auch ganz viele Menschen, ich glaube, die Mehrzahl ist die, die mich irgendwie kennt und sagt, also ich habe so viel Vertrauen zu dir, ich würde so gerne mal meine Stimme anders entdecken. Oder ich hätte da, ich habe da ein großes Thema damit. Also auch das, so dieses Trauma, mir wurde gesagt, du kannst nicht singen. Und die dann vielleicht nach Jahren beim Chanten, wo sie einfach dabei sind, Lust auf mehr haben. Das gibt es auch. Es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich Probleme mit der Stimme haben. Also die zum Teil auch logopädische Indikationen haben. Aber ich sage, ja, zum Beispiel Stimmknötchen oder eben starke Probleme mit Heiserkeit. Sagen dann, ja, wenn ich jetzt bei dir nach einem Singkreis bin ich heiser, dann stimmt was nicht. Dann könnte man mal hingucken, was könntest du physiologisch machen, damit du leichter singst, damit es dir nicht so schwer fällt. Und natürlich kann man immer zu einem Logopäden gehen, das ist super. Und es gibt aber auch viele, die dann eher so ein seelisches Thema haben. Wo man einfach auch gucken muss, wie kann man denjenigen da begleiten. Es hat viel mit Beschämung zu tun. Also diesen, wenn man gesagt bekommt, du kannst nicht singen, dann ist das eben nicht nur wie, du kannst nicht gut Fußball spielen oder so, sondern es ist etwas, was so ganz tief dich als Mensch meint. Weil unsere Stimme ist nicht zu trennen von uns als Person. Also es hat was mit der Seele zu tun. Da würde ich gerne hin. Nochmal kurz einen Schritt zurück. Aber das Thema finde ich so spannend, weil das damit ja automatisch jeden betrifft. Also nicht nur beim Singen, sondern auch beim Sprechen. Ja, das ist ein weiterer Aspekt, der auch immer wieder mal gefragt wird, wie kann ich denn das üben, sage ich. Naja, du sprichst ja eigentlich jeden Tag. Die meisten Menschen sprechen ja mehr, als sie singen. Und da kann man natürlich genauso diese Aspekte in sich wiederfinden oder sich erinnern. Und es verändert über die Zeit auch die Sprechstimme. Natürlich auch als Berufssprecher oder auch Sprecher könnten kommen, könnten sich interessieren. Und der Weg geht immer auch über die Singstimme. Also das ist nie nur Sprechstimme, zumindest nicht bei mir. Aber ich weiß es auch von den Lichtenberger Lehrern, die auch viel mit Sprechstimme unterrichten, dass es immer auch mit der Singstimme zu tun hat. Das war spannenderweise eines der ersten Sachen, die ich festgestellt habe. Wir haben ja gar keine Sprechübungen oder irgendwas gemacht, sondern es ging mehr ums Tönen. Und ich habe relativ lange, also ein paar Jahre, in der Grundschulbücherei einmal in der Woche vorgelesen und konnte auf einmal, ohne es bewusst angestrebt zu haben, anderthalb Stunden lesen, ohne dass es irgendwie anstrengend war, die Stimme hinterher kratzig war. Ich musste nicht mehr so viel gähnen dabei. Also wo ich relativ überrascht festgestellt habe, oh, auf einmal ist das so ein Nebeneffekt, ohne dass das vorher ein Ziel war. Ja, genau. Können wir noch mal kurz zurückhüpfen für Leute, die sich jetzt noch nie in irgendeiner Form damit beschäftigt haben? Was ist denn der große Unterschied zwischen dem Lichtenberger Ansatz und, in Anführungszeichen, dem normalen Stimmtraining? Ja, also wenn du klassischen Gesangunterricht hast, dann hast du viel damit zu tun. Da geht es um Stütze. Ja, da geht es um die Maske sozusagen. Sing in die Maske, also sing nach vorne. Natürlich, auch da gibt es diese Aspekte der Stimmräume und so weiter. Aber dieses Druckhafte, also mit Druck zu singen oder eben auch motorische Übungen zu machen, um die Stimme zu trainieren sozusagen, das steht da mehr im Vordergrund. Und bei der Lichtenberger Methode ist es mehr, ja, ich sage es jetzt mal, das Wort Sog. Ja, es geht um Sog, es geht um die Rückbezüglichkeit. Das heißt, die Frage, was kommt dir zu, wenn du singst? Also was kann dir zurückfließen? Und da gibt es eben immer physiologische Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir dann umgehen, die einen großen Unterschied machen. Und das ist, glaube ich, auch für jeden Menschen eine interessante Frage, wenn ich spreche oder wenn ich singe, was kann mir meine Stimme schenken? Wahrscheinlich eine Frage, die sich ganz viele, die jetzt zuhören, noch nie gestellt haben. Und auf der anderen Seite, das hatten wir ohne Mikros vorhin schon kurz, ist mir tatsächlich noch nie jemand begegnet, der sagt, ich höre mir aber gerne zu, wenn ich jetzt meine Stimme in Sprachnachrichten, ich würde mal sagen auf den Anruf beantworte, aber den hat jetzt fast keiner mehr. Und wenn man die eigene Stimme mal hört, sind die allermeisten erst mal nicht begeistert. Ich nehme jetzt mal Berufssprecher aus. Also es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wir unsere Stimme auch über die Innenraumresonanz, also über die Schwingung in unserem Kopf, in den Knochen und so weiter, in den Räumen wahrnehmen, sodass wir eben nicht nur über die Außenwahrnehmung unserer Stimme hören. Jeder Anruf beantworte oder Sprachnachrichten haben dann nur einen gewissen Anteil unserer Stimme sozusagen, die sie aufzeichnen. Und deswegen ist es immer fremd. Und du meinst, das Fremde ist der Auslöser dafür, dass man dann selber das so unangenehm empfindet? Ich denke, dass es ein großer Teil ist, dass das einfach ungewohnt ist, uns ohne diese Eigenresonanz im Kopfraum zu hören. Ähnlich wie sich auf Bildern zu sehen, die dann nicht bewegt sind und Leute sich auf Fotos dann nicht gefallen, obwohl sie sich vor dem Spiegel ganz gut finden. Was nur so ein Ausschnitt ist. Ja, genau. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das, was du jetzt so angesprochen hast mit der Optik, ist auch eben die Frage in der Akustik, wie nehme ich denn meine Stimme wahr? Und die meisten von uns haben ein sehr bewertendes Ohr. Also das heißt, gut oder schlecht, schwarz oder weiß, dazwischen gibt es nichts. Wir versuchen, die Stimme als Gegenüber zu erleben. Das heißt, wie ein Freund. Wenn ich dich treffe, sage ich auch nicht, dir geht es doch gut, Franziska. Dann denkst du dir auch, ja, der erzähle ich jetzt nichts. Also da kommt kein Gespräch in Gang. Aber wenn ich eine Frage stelle, eine offene Frage, dann kannst du reagieren, dann kannst du mir was erzählen. Und so ist es auch mit der Stimme. Also ein Teil der Lichtenberger Arbeit ist die sogenannte Fragepädagogik, weil wir auch davon ausgehen, dass unser Körper, unser System uns auf bestmögliche Weise antwortet. Und wenn wir so an uns selbst herangehen, dann haben wir zum einen dieses Bewerten der Ohren ein bisschen weniger. Das heißt, wir versuchen zu beschreiben, ja, also welche Aspekte kann ich wahrnehmen bei der Stimme? Ist die geräuschhaft oder nicht? Wie erlebe ich die? Und dann sind wir eben weg aus diesem Bewertungsohr und fangen an eigentlich unsere Stimme zu erleben. Und dann beginnt sie uns auch zu antworten. Dann wird sie ein Gegenüber. Dann wird es eigentlich spannender. Wie, wo erlebe ich meine Stimme? Als klingt das jetzt gut? Ja, wen interessiert das? Also mich interessiert eigentlich mehr die Lebendigkeit. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr wie der andere. Rein von der Optik her aussieht, mich interessiert der Mensch. Mich interessiert das Ganze. Und das ist für mich auch diese Arbeit, wo viel mehr eigentlich unserer Persönlichkeit, unseres Seins hindurch klingt. Und es ist nicht das Ziel, dass jetzt hier hinterher jeder als Sänger rausgeht, der vielleicht noch dazu einem gewissen Genre entspricht, sondern, und das habe ich in den letzten Jahren vermehrt gespürt, dieses starke Bedürfnis, dass wir überhaupt ins Singen kommen. Das ist übrigens ganz interessant. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der kam zu mir zum Singen und definitiv kann man natürlich schon auch feststellen, trifft der nun die Töne oder nicht? Und das war halt ganz oft so, dass er einfach die Töne nicht traf. Und irgendwann war er mal in einer Situation, wo wir frei gesungen haben und ich erinnere mich, dass er wundervoll gesungen hat. Ich stand da mit offenem Mund und dachte mir, das ist unglaublich. Er hat einfach frei gesungen, ohne dass er jetzt da gewisse Töne treffen musste und war so entspannt dabei und hat sich selbst und uns alle durch seine Klänge auch beschenkt. Und das passiert dann, wenn jemand wirklich so in Kontakt mit sich kommt und es eben nicht mehr darum geht, dass irgendjemand dich einordnet oder ja, dann kommt eine Freiheit rein und es ist so eine große Freude, wenn sowas passiert. Und so schwierig, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Ich überlege gerade, wie die Leute, die uns zuhören, die damit eben noch nicht in Berührung gekommen sind, was da so in deren Köpfen vorgeht. Also wenn ihr das schreiben wollt hinterher, ihr Lieben, total gerne. So wenn du sagst, geh mal in Kontakt mit der Stimme und welche Frage würdest du denn stellen? Also es ist so, dass ich die Fragen stelle. Das kennst du ja schon. Genau, ich versuche gerade ein bisschen auszublenden, dass ich das seit zehn Jahren bei dir kenne und zu gucken, jetzt andere Leute, die so auf ihre Stimme selber mal gucken oder die hören und ganz automatisch einteilen in, ist jetzt richtig oder falsch und klingt schön oder klingt halt nicht schön. Und da zu gucken, auf was könnte ich denn stattdessen achten? Ja, ich glaube, das braucht vielleicht einfach auch ein Ohr, das da geschult ist, das einem da einen anderen Weg aufzeigt. Hintergrund, das vielleicht noch dazu zu sagen, dieser Fragen ist auch, dass wir, wir haben ja zwei Nervensysteme. Das sympathische Nervensystem, das eher für die Handlung, für die Aktion wichtig ist und das parasympathische Nervensystem, wo es um Entspannung geht und wir auch in der Meditation erleben dürfen. Also da kommt uns eigentlich, Ressourcen kommen uns dazu. Und durch die Frage, verbinde ich mich mit dem parasympathischen Nervensystem. Das ist ganz wichtig, damit da auch quasi diese, ja, uns diese Ressourcen, unsere Stimme auch zur Verfügung stehen. Und das ist schon was, was man auch ein bisschen üben muss, auch als Lehrender oder als, ich sag jetzt mal, als Pädagoge, einfach auch zu gucken, was kommt mir jetzt da im Dialog für eine Frage? Was für eine Frage könnte jetzt für mein Gegenüber hilfreich sein? Und da geht es viel um, wenn man das vielleicht mal so ein bisschen erklären kann, sensorische Themen. Oder ich könnte mich zum Beispiel fragen, wie schmeckt mein Klang? Also das heißt, wir versuchen auch andere Bereiche, die wir jetzt vielleicht gar nicht so aufs Erste mit der Stimme verbinden würden, mit hineinzunehmen. Und das macht auch so diesen ganzheitlichen Ansatz aus. Da werden wir auch merken, wie sehr uns die Sprache eigentlich berührt. Also dass das ganz feine Nuancen sind, die auch eine Frage ausmachen. Und sobald das in Richtung Befehl geht, ja, das soll jetzt so oder so sein oder ich will diesen Zustand wieder haben, den ich gerade hatte, schwupp, ist es weg. Und dann braucht es eben auch ein bisschen Geduld mit uns selber und zu spüren, ja, wie komme ich da wieder hin? Wie öffne ich mich wieder für diesen Aspekt? Das ist für mich eine der schönsten Fragen, die du so in den Stunden stellst, wenn du sagst, was schenkt dir die Stimme oder wo berührt dich deine Stimme? Und dann eben komplett diese Außenwahrnehmung einzutauschen gegen den Blick nach innen. Und bevor wir uns jetzt getroffen haben, hatte ich ein Gespräch, eine Sitzung mit einer Klientin, die gerade so das große Thema hat, Raum einzunehmen. Also sich selber auch Raum zuzugestehen und bei ihr ist es ein totales Muster, wenn sie sich mit jemandem trifft. Sie redet ganz, ganz kurz und dann ist ihr Gegenüber dran und dann stellt sie Fragen und hört zu und wenn sie dann die Aufmerksamkeit mal bekommt, die sie eigentlich gerne hätte, ist es total überfordernd. Und wir haben da mal so ein bisschen geguckt und es sind auch irgendwie bei der Stimme gelandet, weil es darum ging, die hat halt früher gehört, sie nervt oder wenn sie was gesprochen hat, was erzählen wollte. Irgendeine Art von Zurückweisung erfahren. Und ich glaube, das kennen auch viele von euch, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Schule beim Vorsingen eklige Erfahrungen gemacht haben. Ja. Also diese Art von, ja, von Zurückweisung der eigenen Stimme, ohne dass jemand sagt, du hast aber eine komische Stimme. Weißt du, was ich meine? Ja. Und manchmal muss man auch zurückverfolgen, liegt das jetzt wirklich an meiner Stimme? Ich habe auch gerade jemanden, die dann für sich klargekriegt hat, ja, das war halt meine Mutter, die das halt sehr genervt hat, weil sie mit sich selbst so beschäftigt war. Aber es hatte eigentlich mit mir und meiner Stimme gar nichts zu tun. Und jetzt in einem Alter von 30 zurückfindet zu ihrer eigenen Kraft. Und das ist wunderbar. Ja. Aber im ersten Moment ist es so verbacken. Ja. Ich kann das nicht auseinander sortieren, was ist was. Und für jeden kann es ein wunderbarer Weg sein mit der Stimme. Also ich bin da wirklich immer wieder sehr begeistert. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Dame, die also ein bisschen älter als ich und die kommt aus dem türkischen Kulturkreis. Und da hieß es, man singt nicht vor den Männern. Und hatte große Probleme überhaupt zu singen. Und als wir uns getroffen haben, hat es draußen unglaublich gewittert und geschüttet. Praktisch. Und dann habe ich sie eingeladen, mal mit diesem Gewitter zu singen. Und das war eine sehr, sehr schöne und tiefe Erfahrung. Also wie komme ich denn überhaupt in meine Stimme? Also sowas kann auch sein. Oder ich erinnere mich an eine Frau, die in der Stimmgruppe war, die hatte eine Tumorerkrankung im Ohr und hatte also eine Seite ist komplett ausgefallen. Und die hat dann durch dieses Sensitive, also auch durch die Fragen, was spüre ich denn im Gewebe? Wo breitet sich mein Klang aus? Wo spüre ich Vibration? Wie kann ich das noch wahrnehmen? Einen ganz anderen Zugang zu ihrem Gehör gefunden. Das hat mich auch tief berührt. Also auch solche Menschen kommen, das ist ganz unterschiedlich. Im Endeffekt hat Angelika ja auch so schön erzählt, dass sie viel mehr gefunden hat, als sie eigentlich gesucht hat. Ja. Im Prinzip wollte sie das Stottern zumindest ein bisschen erleichtern. Und am Ende ist sie mit ihrer Stimme befreundet gewesen. Ja, wir geben mit unserer Stimme uns selbst ja auch Energie. Also das ist auch etwas, wovon wir alle profitieren können. Wer im Chor singt von euch oder wer vielleicht auch in einem Singkreis geht, der kennt das Gefühl, wenn ich da rausgehe, ach, da hüpft mein Herz und dann geht es mir einfach super. Und das liegt sicher zum einen auch an der Gemeinschaft und an dem, was man da sonst noch erlebt. Aber eben auch, wenn unsere Stimme klingen darf, dann hüpft unser Herz. Das ist einfach wunderbar. Das tut uns allen gut. Und ich glaube, solche Oasen, die braucht es auch in dieser Zeit. Ja, vor allem das zusammen zu machen. Bei mir tauchen jetzt so ein paar Bilder im Kopf auf, wo ich sehr lachen muss. So die Leute, die dann aus voller Inbrunst im Auto mitsingen mit dem Radio oder so oder unter der Dusche, wo es auf einmal auch um den Spaß geht und nicht um die Leistung. Nicht, dass ich es jetzt gerade richtig anhören muss. Ja, genau. Und wenn man das ablegen kann, auch vor einem anderen Menschen, das ist großartig. Das befreit einen auch ein Stück weit. Fand ich total schwer. Das war der Grund, warum ich bei dir aufgekreuzt bin. Weil ich gemerkt habe, mit den Kids, da waren die noch ganz klein, konnte ich super singen. Ich für mich alleine auch. Und sobald andere erwachsene Menschen im Raum waren, vor allem Männer, aber auch mit Frauen war es schon schwierig, ist mir die Luft weggeblieben. Ich habe gefühlt nur noch drei Töne getroffen. Das andere war zu hoch oder zu tief. Und das ist ja jetzt physisch mir zumindest nicht erklärbar gewesen. Ich habe ja immer die gleiche Stimme. Warum geht das denn einmal so? Und dann wieder überhaupt nicht, dass tatsächlich die Luft nicht reicht. Ja, das ist ein ganz typisches Symptom für Stress. Und da sind wir eben im sympathischen Bereich. Dass wir keine Luft mehr kriegen, dass wir so eine Hochatmung entwickeln. Wir denken, wir kriegen keine Luft, da müssen wir noch tiefer einatmen. Dann wird die Luft aber immer weniger sozusagen gefühlt. Ja, das ist wie so ein Kreislauf. Und wie kann ich das unterbrechen? Und für denjenigen, der jetzt sagt, also okay, Stimme, kann ich jetzt vielleicht doch nichts damit anfangen. Aber vielleicht könnt ihr mal so die allereinfachste Übung, muss ich gerne sagen. Also wenn ihr aus diesem Kurs rausgeht und ihr macht eine Sache hinterher, dann habt ihr schon gewonnen. Und das ist das Seufzen. Also das ist alleine, das ich, ja, wenn man das macht, merkt man, oh ja, da geht die überschüssige Luft raus. Da entspannt sich das Zwerchfell. Ja, da hast du die Möglichkeit sozusagen, bei dir wirklich anzukommen. Und wann immer du so einen Stress hast, dann versuch das mal, probier das mal aus. So seufzen, dem Körper den Impuls geben, nach hinten, unten. Ich sage dann gerne, Barhockerübungen, stell dir vor, du setzt dich auf den Barhocker oder auf ein rotes Sofa, weißt du noch, die Anfänge. Ja, und das ist, da gibst du selbst dem Körper den Impuls, Moment mal, ist alles gut, ich komme bei mir an. Das sind so Grundübungen. Wie komme ich zu mir? Wie schaffe ich das, aus diesem Kreislauf auszusteigen? Und wenn ich in mir einen sicheren Anker habe, also wenn ich mich einfach frage, ja, wie vibriert meine Stimme? Ich mache das auch gerne, dass ich, kann auch jeder ganz einfach mal machen, dass man mal drei Finger, so Mittelfinger und Ringfinger, mal an den Kielkopf legt und dann, wenn man spricht zum Beispiel, auch die Vibration spürt oder wenn man summt oder singt, sodass man überhaupt mal erlebt, ich vibriere, ich, da passiert was, ich bin lebendig, ja. Und wenn ich mich auf etwas sehr stark konzentriere, dann ist es sehr schwierig, mich gleichzeitig auf was anderes zu konzentrieren. Und insofern ist das auch eine gute Sache, auch vor einem wichtigen Gespräch oder so, dass man da so ein paar Übungen macht, wo man selbst bei sich ankommt und sagt, okay, ich spüre mich mal, ich spüre mich vibrieren, ich atme aus. Das ist so was, kann man natürlich auch dabei lernen. Sind das die Momente, wo dann auch die Stimme automatisch tiefer wird? Weil bei ganz vielen Leuten in der Aufregung, also es kommt ja fast zu so einem Piepsen, oder bei den Frauen, ja, wo man dann sofort diese Assoziation hat, das klingt leicht hysterisch, also es ist so unverbunden. Genau, also wir haben ja zwei Stimmbereiche, Kopfstimme und die Bruststimme und das passiert uns allen, ja, manche haben das Kloß-und-Kloß-Gefühl, oh Gott, jetzt kann ich gleich gar nichts mehr sagen oder die Stimme haut nach oben ab. Das meinte ich ja. Ja, das ist sehr typisch und das haben auch Männer übrigens, also nicht nur Frauen, weil uns dann einfach diese Verbindung in die Tiefe, die geht uns verloren in dem Moment. Ja, und das hatte ich so im Hinterkopf, ich gedacht habe, das wäre ganz gut, darüber heute mal zu sprechen, weil das kennen bestimmt die allermeisten, also auch die, die jetzt sagen, oh, ich habe jetzt mit Singen kein Problem, aber im Alltag, wenn die Stimme sich verändert und zwar nicht so, dass man da selber einen Gewinn von hat. Ja, ich glaube auch da ist es erstmal wichtig zu sagen, ah ja, okay, jetzt habe ich gerade richtig Stress. So, also erstmal annehmen, was ist und wenn ich dann ein paar, ja, schon Erfahrungen damit gemacht habe, gelingt es mir natürlich immer leichter, da zurückzufinden. Das ist so eine schöne Ergänzung auch zu den ganzen anderen Achtsamkeitsübungen, so Atemübungen, die sind irgendwie naheliegend, das ist bekannt, aber dass die Stimme eben auch ein Zugang sein kann. Ja, also für mich ist es eindeutig Achtsamkeit mit der Stimme. Das ist auch das, was ich viel mache, auch in den Gruppen und aber auch im Einzelnen, in der einzelnen Begegnung, weil es hat was mit Achtsamkeit, mit Spüren, mit Sensorik zu tun. Gestern hat mich jemand gefragt, kann man denn da auch laut singen? Ah, Und ich sage, ja, aber natürlich kannst du laut singen, also das, da steht dir dann alles zur Verfügung, ja. Ach, wenn ihr wüsstet, was wir so treiben. Ich muss da so oft lachen, wenn du wieder irgendwas aus der Kiste ziehst und wir was Neues probieren. Ja, wenn ich jetzt heimkomme und mein Mann fragt, was wir gemacht haben, der guckt mich immer an wie ein Auto. Wir haben gesäufzt oder gemeckert oder gegurgelt. Genau. Und da geht es manchmal auch um die Arbeit mit Materialien oder mit Ideen, die verschiedene stimmphysiologische Prinzipien sozusagen anstimulieren sollen. Also man muss jetzt nicht unbedingt mit Materialien arbeiten, meckern. Das Thema der Tierstimmen ist auch was ganz Tolles, wo es um die Vibration des Wahrnehmens der Diaphragmen geht. Wir haben eine Diaphragmenkette im Körper und es ist wie in einem System. Wenn ich einen bestimmten Bereich entspanne oder wenn da Trommelfälle zum Beispiel auch, wenn ich aus dem Stress rauskomme und die Trommelfälle sich nicht mehr nach außen sträuben müssen sozusagen gegen das, was sie hören, sondern sich entspannen nach innen, dann beginnen auch die anderen Diaphragmen darauf zu reagieren und dann verändert sich unsere Stimme. Und das sind einfach immer wieder schöne Ideen, schöne Impulse, mit denen man arbeiten kann, die einfach auch Spaß machen. Ich fand es am Anfang ganz schön schwierig, gewisse Hemmungen zu überwinden mit dem Ergebnis, dass aber das passiert ist, was du eingangs gesagt hast, es ist eine große Freiheit, weil die Stimme, also bei mir zumindest, sehr schambehaftet war. Das gehört sich nicht und damit macht man sich zum Affen und das geht nicht und dafür reicht die Luft nicht und so weiter. Und da ist jetzt nach doch ein paar Jahren Erfahrung so viel mehr Freiheit dran. Das macht schon Spaß. Ja, also schön, dass du das sagst. Früher gab es die Ausbildung zum Belcanto-Sänger und da musste man tatsächlich, also nicht nur schön singen können, sondern man musste auch die Tierstimmen nachmachen können, imitieren können. Das gehörte zur Ausbildung. Also wer schön singen will, der muss auch, der muss auch krähen können wie ein Hahn oder muhen wie eine Kuh, weil uns da ganz viel zukommt. Ja, und evolutionär sind ja diese ganzen Aspekte auch in uns vorhanden und das ist immer sehr spannend, wenn man da auch in diese Ursprünglichkeit in sich selbst zurückfindet. Ich finde, es ist so ein Stück Natur und das ist etwas, was mir mehr und mehr deutlich wird, dass diese Arbeit auch so ein Zurückkommen in die eigene Natur ist und ich eigentlich in mir entdecken kann, was für ein Wunder mein Körper ist und was für ein Wunder ich bin. Also, ja, wir kennen uns ja schon lange und ich habe auch früher immer gedacht, ja, wie erkläre ich denn das, was ich mache? Und natürlich kann ich darüber was erzählen, aber ich glaube, wichtiger ist, was die erzählen, die kommen, die mir dann nach Jahren sagen, wie sehr sie das auch beeinflusst hat, also wie viele Bereiche ihres Lebens da berührt waren und profitiert haben davon, weil es eben so etwas ist, was uns ganz, ganz selbst betrifft. Mich hast du auch total damit abgeholt, dass es eben diese Ganzheitlichkeit hat, dass es unheimlich viel ums Spüren und Wahrnehmen und Hingucken und rein Entspannen geht und du ja auf der anderen Seite oder nicht auf der anderen Seite gleichzeitig total viel zum Beispiel Anatomisches erklärst, ja, also dass der Kopf durchaus immer mal einen Brocken hingeschmissen kriegt, dass er dann auch was zum Verdauen hat. Also, ich glaube, mit Angelika hatte ich das kurz, dass wir in diesen Stunden so um den Alltagsverstand drumherum kommen, der muss jetzt nicht daran bewerten und einordnen und alles kommentieren und trotzdem ist aber genug dabei für das Verständnis. Ja, das ist mir auch immer selber wichtig, weil ich auch jemand bin, der gerne alles verstehen möchte, die Zusammenhänge zu begreifen und einfach so Stückchen für Stückchen, ja, immer mal wieder sich dem anzunähern, weil das gefällt mir auch selbst daran, das wird nie langweilig, das ist immer ein Universum, wo man immer was Neues lernen kann, und das finde ich toll. Oh ja. Ich hatte diese Woche auch eine Aufnahme mit einem Chorleiter, die Folge erscheint erst nach deiner, aber der hat so schön gesagt, die Musik ist sein bester Freund und es geht um so viel mehr als die Ästhetik, das fand ich so schön. Ja. Er hat zwar gesagt, die Musik, jetzt nicht speziell die Stimme, weil der Dirigent ist auch, aber er hat gesagt, da steckt so viel mehr drin, als eben nur danach zu gucken, was ist schön und das kann heilen zum Beispiel. Ja, ich habe ihn ja einmal erlebt und war sehr, sehr begeistert und bin schon gespannt auf die Folge natürlich. Ja, da hat sich ganz viel gedeckt auch und er hat ja an dem einen Abend, also wir reden vom Chor, er ist der Chorleiter des Chores, wo ich regelmäßig war und du warst mal zum Schnuppern dabei und er hat an dem Abend witzigerweise, als du da warst, auch diese zwei Schulen quasi erklärt und hat gesagt, die Sänger üben entweder so oder so. Er hat nicht ganz so viel Erklärung gebracht, aber es war ja der Ansatz und er hat sich im Übrigen ja auch für den entschieden und er hat gesagt, es ist ihm lieber der, der mit mehr Entspannung arbeitet. Absolut, also ich war sehr, sehr begeistert, muss ich sagen, hat mir große Freude gemacht, ja. Genau und das ist auch nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, das in einem professionellen Umfeld umzusetzen. Ja, schön. Können wir nochmal in die Richtung abbiegen, wo es so um das Seelische geht? Weil, also ich zögere da gerade, weil wir uns so gut kennen und ich da so weiß, was da in der Arbeit ist und ich versuche aber den Außenblick mit reinzunehmen. Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt verbinden können, da war irgendwo eine traumatische Erfahrung und inwiefern wirkt sich das jetzt auf die Stimme aus und warum kann ich über Stimmarbeit da was lösen, was jetzt zwar irgendwie eine therapeutische Arbeit ist, aber gar nicht so, ja, diesen klassischen Ansatz verfolgt, dass ich mich jetzt in die Themen reinwühle und viel reflektiere und so und mehr über die Körperwohnung gehe. Ja, es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil wir haben ja alle unsere Erfahrungen, sind ja auch am Körper gespeichert und mir ist wichtig, da nicht zu psychologisieren, sondern natürlich ist das Hintergrundwissen da, aber es geht wirklich darum, sich selbst Stück für Stück zu entdecken und auch in der Gestalttherapie sagen wir, das, was sich zeigen darf, wird sich zeigen. Also da wird nicht gebohrt oder so, sondern man kommt selbst auf die Dinge, auf die Zusammenhänge, die gerade sich zeigen dürfen. Und in einem vertrauensvollen Umfeld, im Miteinander kann man das vielleicht auch aussprechen und für sich nochmal hinspüren, aber die Stimme, die Energien, die Frequenzen, unsere eigenen Stimme haben eben auch die Möglichkeit, da heilsam zu wirken. Also allein, dass ein Thema da sein darf, dass ich das erkenne, dass es da eine Verbindung gibt und ich damit bin, damit singe, spüre, wie fühlt sich das an im Gewebe, was kommt mir vielleicht aus meinem System zu Hilfe, also auch nicht so unbedingt an einem Ort nur zu bleiben, ja, ich sage jetzt mal, der Knödel im Kehlkopf oder so, sondern auch zu gucken, was steht mir vielleicht noch zur Verfügung. Und da ist unser System unglaublich hilfreich und erfindungsreich. Und dann werden wir merken, dass durch diese Hinwendung zu uns selbst passiert was, ja, da darf sich was verändern. Und ich habe für mich selbst einfach auch, entwickle ich ein Handwerkszeug, wie kann ich mit mir umgehen, wenn da jetzt was auftaucht, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich brauche jetzt eine Beruhigung oder ein achtsames Hinspüren, dann lernst du einfach auch, wie kannst du mit dir selber anders umgehen. Zum Beispiel das Summen, Fragezeichen, was Eltern irgendwie intuitiv machen, um ihre Babys zu beruhigen. Und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, man beruhigt sich selbst auch dabei. Genau, also die Kraft des Summens ist ja ein sehr weites Feld. Es gibt sogar ein Buch darüber, The Book of Humming. Und ich habe selbst viel experimentiert damit, denn ähnlich wie ihr das vielleicht von der Atemachtsamkeit kennt, kann man das Summen auch überall im Körper sozusagen herumschicken. Und das Summen hat jetzt zum einen diese starke Vibrationsqualität, also wenn ich jetzt summe und nach innen summe, das ist so das Nächste, aber da werden wir jetzt schon, kommen wir schon ins Detail, aber wenn ich so summe, dass in meinem Kehlkopf hier was ankommt, dass ich Vibration empfinden kann, dann geht diese Vibration auch über die Faszien, das ist aber auch ein faszinierendes Wort und ein großes Thema in unserer Arbeit, verteilen sich sozusagen blitzartig im ganzen Körper, weil unser ganzer Körper sozusagen aus Faszien besteht. Also da ist ein Informationssystem da, das sozusagen alles in Blitzeseile bedienen kann. Und es hat aber noch einen anderen wichtigen Aspekt, der sehr näherend ist, und zwar das ist die Geräuschhaftigkeit. Also wenn wir über die Geräuschhaftigkeit mit unserer Stimme umgehen, und da ist auch so dieses Thema, ich will ja schön singen, ich will ja einen schönen, klaren Ton machen, also geräuschhaft geht ja gar nicht. Und dann zu entdecken, wow, also das schenkt mir was. Also wo ich erst dachte, das kann nicht sein, das ergibt dann letztlich den Nährboden für Volumen, für Brillanz, für Präsenz. Und das ist natürlich auch was, was mir für die Sprechstimme hilft. Das ist in den Gruppen so cool, wenn wir da abwechselnd uns auch zuhören, weil gerade dieses Geräuschhafte, also ich habe keine Ahnung, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt, aber es ist halt nicht dieser klare, gehaltene Ton, sondern wo viel mehr zu hören ist, was jede von uns in dieser Gruppe am Anfang bei sich selber ganz schrecklich fand und bei den anderen aber total schön, weil da was Lebendiges drinsteckt und neugierig macht und man viel lieber zuhört. Also faszinierend auch, dass dieser Unterschied, wie das ist bei anderen, wo die Bewertung viel großzügiger ist und viel freundlicher von Haus aus. Ja, und es ist auch eine gewisse Klangästhetik. Also wir denken, dass so ein klarer Ton ist das Nonplusultra und dass ein klarer Ton sehr geräuschhaft und vielschichtig und hochfrequent sein kann, was dann eben auch heißt, er ist reich an verschiedensten Klängen, das wissen wir noch nicht. Und wenn man das dann kennenlernt und dann kann man es irgendwann auch bei sich selber lieben lernen und wird merken, dass das viel hilft, mit weniger Druck, mit weniger Aufwand sozusagen präsent sprechen zu können, dass man gut verstanden wird. Und ja, das ist übrigens auch was, wo ich vorher so ein bisschen, da wollte ich noch was sagen und da ging es um die Männer, weil die Männer haben ja umgekehrt oft das Problem, dass sie in ihrer tiefen Stimmlage nicht so gut verstanden werden. Da haben die Frauen eigentlich einen Vorteil mit ihren hohen Frequenzen in der Stimme. Und wenn ich aber diese Geräuschhaftigkeit kennenlerne, dann kann eben auch eine Männerstimme, eine tiefe Männerstimme präsent klingen und besser zu verstehen sein. Und Präsenz heißt ja nicht zwingend Lautstärke, ne? Absolut nicht. Genau. Und das ist, glaube ich, auch was sehr Verbreitetes. Diese Idee, wenn ich jetzt vor Leuten spreche und da eine wichtige Botschaft habe, dass ich laut sein muss, um gehört zu werden. Und laut heißt wieder Druck und dann kratzt es hinterher. Ja, möglicherweise. Natürlich gibt es auch Stimmen, die das gut aushalten oder besser als andere. Aber ja, was auch ein Aspekt ist, der, finde ich, auch ins Seelische hineingeht, ist, dass wir lernen, uns anders zuzuhören, wenn wir sprechen. Und das macht auch was mit dem, was wir sagen. Inwiefern? Weil in unserer Gesellschaft ist so ein Thema, dass man sehr viel Information in immer knapper werdend und da Zeit rüberbringen muss. Das heißt, die Sprache wird oft unverständlich und es kommt so eine Hektik auch rein. Und wenn ich selbst vielleicht mir ein bisschen mehr Zeit lasse, wenn ich spreche, beginne auf den Klang zu lauschen, wie klinge ich denn eigentlich, wenn ich spreche? Und jetzt, wenn ich das erzähle, dann merke ich auch, dass sich meine Stimme verändert. Dann habe ich mehr Klang in mir, mehr Klangerlebnis in mir und dadurch eben auch eine ganz andere Komponente in meiner Sprechstimme. Und ich höre mir anders zu, ich verbinde mich auch anders mit dem, was ich sagen möchte und ich gebe auch mehr Raum. Ich gebe mir mehr Raum, aber ich gebe auch dem anderen dadurch mehr Raum. Und auch wenn ich singe oder wenn ich ein Konzert singe, dann ist das etwas, was für die anderen einladend ist, auch bei sich selbst anzukommen. Und wenn man das kennt, dann kann man die Unterschiede sehr deutlich wahrnehmen. wie wirkt es auf mich? Wo fühle ich mich wohl? Ja, wo komme ich in mir selber an? Wo kann ich da in mir eintauchen, wenn ich jemandem zuhöre? Das war an dem Mutmachgespräch mit Angelika ganz schön zu hören auch. Wenn sie so an wunde Punkte gekommen ist, hat sie selber sofort gemerkt, oh, jetzt wird es kratzig oder jetzt bricht die Stimme. Und sie hat das so stehen lassen können, tief durchgeatmet, weitergeredet und sofort sich hinein entspannt, weil sie ja nun auch viel Übung hat. Also das war ganz gut zu hören. Ja, und da merkt man auch, was das für ein anderer Umgang mit uns selber ist. Dass man nicht stecken bleibt, weil diese Erlebnisse, die haben wir alle. Die habe ich auch. Und dann aber mich selbst sozusagen an der Hand zu nehmen und mit einem guten Gefühl mit mir selber zu sein und mir da was zu schenken, was ich gerade brauche. Das ist was, was uns allen hilft im Alltag. Und wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und sagt, so richtig kann ich es mir vielleicht noch nicht vorstellen, aber ich würde es total gerne mal ausprobieren. Wo finden dich die Leute dann? Auch die finden mich, indem sie einfach mal googeln, www.klangrund.de und man kann mit mir immer eine Einzelstunde ausmachen. Es gibt im Herbst auch die Möglichkeit, mal wieder in eine Gruppe einzusteigen und ich mache einmal im Jahr, das erste Mal dieses Jahr, eine Gruppe, die heißt Stimme und Sein, eine Jahresgruppe. Das ist mit sehr großer Freude, aber für die, die quasi sagen, das probiere ich jetzt mal, mal gucken, was das ist. Und man kann natürlich auch mich ganz niederschwellig mal kennenlernen beim Chanten, mal kommen, mal gucken, was ich so für eine bin. Und wenn man sich hingezogen fühlt, ja gerne, meldet euch, ruft an. Hast du diese Schnupperwochenenden noch, wo man mal ein Wochenende so in die Stimmarbeit eintauchen kann? Ja, bei mir in diesem Jahr die Wochenenden ausgehen. Deswegen gibt es eine Montagnachmittagsgruppe, aber das ist eigentlich, das Thema heißt Grundlagen, Stimmgesundheit. Und da lernt man ganz viel über diese Themen, die wir angesprochen haben, also die Rückbezüglichkeit der Stimme, was kommt mir zu, wir arbeiten mit Summen, man bekommt erklärt, wie die Stimmfunktion funktioniert und wie ich mich mit diesen Aspekten sozusagen verbinden kann. Und es ist aber auch immer so, dass natürlich das Thema der Menschen, die da kommen, auch die Gruppe prägen. Also jede Gruppe ist anders und es gibt natürlich diese grundlegenden Dinge, die ich immer erzähle oder die wir immer experimentieren, aber dann kommt es eben auch darauf an, was bringen die Menschen mit. Jetzt sind unsere Zuhörenden relativ weit verteilt. Arbeitest du auch online? Ja, ab und zu. Weil schwierig bei dem Thema noch. Das Problem ist tatsächlich, weil ich ja auch durch das, was ich höre und was ich empfinde, während mein Gegenüber singt, muss ich sozusagen, muss es eine relativ gute Technik geben. Also grundlegende Dinge kann man immer auch online machen. So die Basisarbeit, sage ich jetzt mal, aber wenn man dann mehr erfahren möchte, dann ist es natürlich schon schön, wenn man sich gegenüber ist. Aber ja, grundsätzlich ist es vorstellbar. Also zum einen ist es ja so, dass eine Reise nach Regensburg sich immer lohnt. Ja, absolut. Es ist einfach ein schönes Städtchen. Auch wenn es hier regnet, der Name ist berechtigt. Jetzt hat es ja erst mal noch. Ja, wir nehmen auf, mitten in dieser Hochwasserzeit. Und dann wird es ja mit Sicherheit Kollegen und Kolleginnen geben, die auch nach der Lichtenberger in der Methode arbeiten. Wo findet man die? Also wenn ihr jetzt sagt, das würde ich gerne erleben, guckt doch mal, ob es jemanden gibt, einen Stimmpädagogen in eurer Nähe. Da könnt ihr einfach dort beim Lichtenberger Institut in Darmstadt anrufen, im Sekretariat, und sagen, ich bin da und da, habt ihr eine Adresse. Und es gibt eine Lehrerliste. Also da kann man einfach auch gucken, wer könnte für mich vielleicht passen. Ja, sehr schön. Dann verlinke ich euch einfach, nein, nicht das Sekretariat, aber die Seite, wo man die Nummern findet. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und es gibt auch einen Sommerkurs, für die, die vielleicht sagen, ach, ich möchte ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen tiefer eintauchen. Das heißt, Stimme als Schlüssel zur Seele. Das ist so ein Urlaubswochenende, 10. und 11. August. Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch. Also mal gucken, ob es zusammengeht und vielleicht habt ihr ja Lust, dabei zu sein. Da ist auch ein Mantra-Abend mit dabei. Also es heißt auch, wirklich was für die eigene Seele und Stimme und Seele. Eine Verbindung aus beidem. Ja, ihr Lieben von meiner Seite, also wisst ihr eh, dass das eine absolute Empfehlung ist. Also das weißt du wahrscheinlich nicht, aber über die letzten vier Podcast-Jahre bist du immer wieder mal aufgetaucht. Jedes Mal, wenn es um Körperarbeit geht. Also immer diesen anderen Zugang zu den eigenen Themen über das Reden und das Analytische hinaus. Weil wegverstehen kann man seine Themen halt dann leider doch nicht. Magst du so am Ende noch zwei, drei, vier Beispiele bringen? So von Menschen, die zu dir kommen, einfach damit man sich noch ein besseres Bild machen kann. So thematisch sind wir gut durch, haben alles mal angeknuspert. Aber dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen besser zu greifen. Du meinst jetzt eher aus dem therapeutischen Bereich? Nicht zwingend. Also manchmal gibt es ja auch Leute, die kommen aus Interesse und Neugier. Also es gibt ganz unterschiedliche, für mich immer sehr schöne Begegnungen. Zum Beispiel ein junger Mann, der sich auf seine Aufnahmeprüfung für die Domspatzen vorbereitet hat und bei mir drei Stunden Lichtenberger gemacht hat und die Prüfung bestanden hat. und ich finde, das war so großartig, wie er das gemacht hat, wie er da wirklich mit so einer Begeisterung das aufgenommen hat und umgesetzt hat. Das war eine große Freude für mich. Und die Mama dann auch meinte, Mensch, machst du nicht mal was mit Kindern? Da habe ich gesagt, ja, also ich bin da ganz offen. Ja, für mich ist es ganz offen, wer da kommt. Oder ein Pärchen, die sagt, sie wollen gerne mal ein Duett zusammen singen. Das finde ich auch spannend. Ja, also es gibt einfach ganz unterschiedliche. Bernd, hörst du zu? Ganz unterschiedliche Ideen dazu, ja. Und für mich ist es immer wieder einfach eine große Freude, teilhaben zu dürfen, wenn jemand rausgeht und sagt, ich habe mich noch nie so singen gehört. Und das passiert durchaus auch Musikern. Also es sind immer wieder Highlights dabei. Bist du denn dann heute im Rennen mit dir, dass du nicht hauptberuflich Sängerin geworden bist? Absolut. Also natürlich gibt es Dinge, wo ich sage, ja, immer wieder mal, ach, eigentlich wäre ich doch gerne mal in der Oper auf der Bühne gestanden. Aber ich muss wirklich sagen, die Arbeit mit den ganz normalen Menschen, die Freude an der Musik, an der Musikalität, an der Arbeit mit der Seele, an dem Singen in Gemeinschaft, das sind Dinge, die mich sehr, sehr bereichern. Und es ist eine Riesenfreude und auch ein Geschenk, dass sich mein Lebenstraum auf diese Weise verwirklicht hat. Hätte ja niemand gedacht. Ein bisschen anders als geplant. Ja. Wie haben denn deine Eltern irgendwann reagiert? Jetzt hast du was ordentliches gelernt und machst trotzdem. Also ich würde mal sagen, meine Familie freut sich riesig, dass ich was gefunden habe, was mir so große Freude macht. Schön. Und ja. Schön. Noch als kleiner Spoiler, der Harisch, also der Dirigent von der zukünftigen Folge, der hat gesagt, er musste seinen Eltern beichten, dass er Musiker werden wird. Und die haben erst mal gesagt, ja, das ist ein schönes Hobby. Genau. Aber mach doch was Richtiges. Und heute sind auch alle ganz zufrieden damit. Wunderbar. Ja, Musik ist etwas zutiefst Menschliches. Das ist etwas, was uns alle verbindet. Und diese Kraft, selbst Musik zu machen und sei es noch so einfach, ja, das ist etwas, das kann man nicht ersetzen. Das weiß man auch bei Kindern, dass man kann zwar eine Kassette dudeln lassen, aber es ersetzt nicht die Stimme der Eltern, die das Miteinander singen. Und ich bin da auch ein großer Befürworter dafür, singt mit euren Kindern und lasst sie teilhaben, ja, an eurem Klang und genießt auch ihren Klang. Das ist etwas, was uns zutiefst als Menschen verbindet. Ich bin so gespannt, ihr Lieben, so auf euer Feedback zu der Folge, weil das mal wieder so ein Gespräch ist, wo ich so tief drin bin, dass es schwierig ist, den aus dem Blick mit reinzunehmen. Ja, für mich noch mehr, weil ich habe schon im Vorfeld gesagt, es gibt da eigentlich so viel zu erzählen in der Tiefe, aber können ja auch die Fragen dann an mich richten. Ja, unbedingt. Ich werde alles so weiterschicken und dich verlinken. Zu Hause ist es mir oft nicht so gut gelungen, zu erzählen, was wir da eigentlich machen. Die Veränderung ist aber durchaus angekommen. Das ist spannend, dass sich die Stimme verändert, dass viel mehr Entspannung drin ist und dass ich in ganz vielen Gelegenheiten, die mit Singen überhaupt nichts zu tun haben, einen ganz anderen Zugang finde zu mir, zu einer Freundlichkeit mir gegenüber und das, was du so schön beschrieben hast, umzustellen von Aktion auf Entspannung und dann geht alles mit mehr Gelassenheit. Ja, so ein sogenannter Eutonus, also nicht so total, labbrig entspannt, dass ich gar nichts mehr kann, aber irgendwie so dieses, nicht lethargisch, aber eben bei mir ankommen, das ist etwas, was uns in allen Situationen hilft. Ja, und deshalb, ihr Lieben, wiederhole ich das Penetrant auch die nächsten vier Jahre. Große Empfehlung, wer mal schnuppern mag, tut es, schiebt es nicht auf, macht es. Einfach mal kommen. Ich freue mich auf euch. Ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns diese Welt zu Füßen gelegt. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, ob ihr euch was drunter vorstellen könnt und den einen oder anderen vielleicht zu sehen. War jetzt eine total schöne Ergänzung zu Angelikas Folge. Ich soll dich von Sophie auch ganz lieb grüßen. Sie wäre gerne mit dabei gewesen, aber hat mir das Feld überlassen. Schön, aber ich hoffe, ich sehe sie ein anderes Mal. Bestimmt. Und ihr hört sie dann im nächsten Erklärwerder, Sophie dann ganz regulär aus dem Urlaub zurück und wieder mit dabei. Für heute vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören, für eure Zeit, an dich, für deine Expertise. War mir eine große Freude. Endlich war die Susanne mal da. Freue mich auch. War sehr, sehr schön bei dir. Vielen Dank, Franziska. Sehr gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche für Feedback, Fragen, das übliche Prozedere. Ihr kennt das über Instagram. Könnt ihr schreiben. Und dann gucke ich, was ich weiterleiten kann oder selber beantworten. Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020